hallo liebe trader und herzlich willkommen zum tag 4 meiner meiner 1000 euro challenge beziehungsweise meinem 5000 abonnenten spezial und um es gleich vorweg zu nehmen heute wird es keinen trade geben da ich jetzt leider erst in diesen minuten 14 uhr 30 nach hause gekommen bin aber auch bald schon wieder weg muss es ist folglich kein keine zeit hier heute auf einen trade zu warten stattdessen eine kleine theorie einheit wo ich euch mal kurz erkläre wo der unterschied ist zwischen zwischen dem einsatz dem dem trading nach order flow und zwischen dem trading nach nach technik welches bisher praktiziert habe ja ihr seht das konto steht also immer noch bei 707 euro wird sich so schnell auch nicht ändern da morgen ist ein feiertag das heißt ich fahre jetzt sowieso weg donnerstag bin ich weg bis sonntag montag dann auch noch mal leider nicht im büro da ich mal wieder im krankenhaus sein muss aber am dienstag sollte es dann spätestens wenn wir nicht vielleicht sogar am montag in alter frische weitergehen betrifft euch alles nicht ihr werdet diese aufzeichnung sowieso morgen sehen auf diesem kanal das heißt es lohnt sich jetzt schon diesen kanal zu abonnieren um keine folge dieser 1000 euro challenge zu verpassen und zu sehen wie ich hier wie ich hier den markt manager sozusagen ja dann kommen wir kurz eben auf das zu sprechen was ich vorher angekündigt hatte nämlich hier eine kleine theorie session wenn wir mal so wollen wo ist der unterschied zwischen dem trading nach chart technik wie ich es bisher praktiziert habe und dem trading nach order flow es gibt gemeinsamkeiten aber es gibt auch kleine unterschiede wie ihr seht zum beispiel nach der reinen chart technik wäre dies hier ein sehr schöner einstieg nämlich der bruch dieser aufwärts verlaufenden trendlinie immer innerhalb des abwärts trends kanals auf h1 basis ist ein schöner ein schönes short signal rein nach chart technik und das wäre auch gleichzeitig ein einstieg nach order flow wenn wir uns in dem in dem fall in dieser situation den future betrachten eine andere situation wird zum beispiel hier die unterkante dieses trend kanals dieses h1 trend kanals wäre ein einstieg rein nach chart technik den man dann allerdings nur über den stop loss managen kann das heißt man muss hier drauf vertrauen dass eben auch andere trader diesen diese linie sich eingezeichnet haben und diesen widerstand sehen und dann eben dass die ganze geschichte über sein stopp managen das heißt die chart technik funktioniert nur aufgrund oder nur wenn man ein ein sauberes top management risiko management an den tag legt da in diesem moment hier der order flow noch absolut bärisch ist haben wir in diesem moment noch absolut gar kein gar kein anzeichen für eine mögliche trendwende in long richtung also dieses signal hier wäre sowohl nach chart technik als auch noch order flow ein valides einstiegs signal dieses hier wäre nur nach chart technik ein mögliches einstiegs signal dann kommen wir zu einem nächsten fall wo zum beispiel nur nach order flow für mich jetzt ein einstiegs signal wäre und zwar wäre das an dieser stelle das bedeutet wir haben in dem moment hier dreht der order flow auf long richtung und zwar seht ihr das jetzt nicht hier sondern das sehe ich nur im future natürlich da ich ja hier auf diesem bildschirm im cfd arbeite und auf meinem rechten pc den ihr jetzt nicht einziehen könnt im future wo ich diverse indikatoren habt ihr mir den order flow anzeigen sowie das order buch nach chart technik wäre ich hier eher nicht eingestiegen da ist mir hier schon zu weit dann gelaufen ist in der bewegung nach order flow kann ich hier durchaus noch einsteigen ebenso ist es auch eine eine möglichkeit anders als wenn wir jetzt hier den chart techniken als technischen ansatz mal sehen wäre zum beispiel ein einstieg nach order flow auch in diesem segment natürlich dann in einer untergeordneten zeiteinheit also nicht im stundenchart sondern eben dann dann eben deutlich untergeordnet hier in dem moment hätte dann eben auch der order flow auf die short seite gedreht hier solche situation würde ich natürlich niemals als techniker nutzen weil es einfach viel zu unsicher ist ob die situation dreht oder ob er weiter nach unten durch scheppern eine weitere situation wo wir nach order flow auch einsteigen können ist dann eben dieser fall den man eben dann nur erkennt wenn man eben das volumen einziehen kann und dann eben auch ihr seht wie kurz das dann auch nur in der regel performt das sind dann 27 30 punkte rund bevor der markt wieder abschmiert das heißt es macht schon seinen sinn warum ich eben innerhalb dieser order flow technik mein ziel möglichst gering gesteckt habe auf 10 bis 15 punkte wo ich mich dann auch natürlich immer an der atr orientiere liebe die könnte hier einfügen unter oszillatoren average true range dann nehme ich dann meistens die die letzten 50 kerzen das ist jetzt natürlich hier auf dem stundenchart sind das 31 punkte im dax sei die wohl auch mal wieder ein bisschen angestiegen ist aber in der regel wenn wir auf dem fünf minuten chart handeln dann macht es natürlich auch nur sinn die atr auf dem fünf minuten chart anzusehen denn es macht keinen sinn auf dem fünf minuten chart zu handeln und sich dann die art die tages art anzusehen und dann darauf zu hoffen dass man innerhalb des fünf minuten chartes 30 punkte macht das natürlich völliger nonsens das heißt wir haben hier eine 16 punkte atr auf dem fünf minuten chart das heißt wir haben innerhalb unseres trades den wir eingehen eine realistische chance eine realistische chance auf 16 punkte wenn wir den vorteil auf unserer seite haben wenn wir den wenn wir den order flow auf unserer seite haben da eben dann 16 punkte zu erreichen ja das nur ein kurzer abriss heute ein kleiner einblick in die hintergedanken meiner strategie wenn euch das video gefallen hat gibt ihm einen daumen nach oben und wenn ihr weitere solche videos sehen wollt dann natürlich bitte auch vergesst nicht den kanal zu abonnieren denn morgen kommt schon der nächste teil meiner 1000 euro challenge auch wenn ich diese erst nächste woche fortsetzen kann aber ihr werdet morgen dann den nächsten teil schon sehen und vergesst deswegen auch nicht den kanal zu abonnieren ansonsten verabschiede ich mich werde wahrscheinlich dort wo ich mich jetzt aufhalte kein trade machen können da mir der computer mit meinen futures informationen fehlt und beides gleichzeitig also hier einmal das admiral markets cfd konto im hintergrund den future laufen zu lassen das ist recht problematisch man muss dann dauernd hin und her schalten ist eher ungeschickt deswegen wird es wahrscheinlich vorher kein trade geben sobald ich wieder meine alten bedingungen habe werde ich auch dann wieder hier live traden und dann geht die 1000 euro challenge weiter anstweilen verabschiede ich mich und verabschiede mich bis zum nächsten video macht's gut ciao ciao bei bei